Tief durchatmen und dann geht es schon weiter mit Queen Pang und Can Tong aus China, den Olympia 2. von 2010. In diesem Jahr auch Weltmeister in Führung, wo der Sosha Trankow nochmal wiederholt. Fast 5 Punkte vor Savchenko-Sholkovi. Dennoch, die Mission Gold ist noch machbar. Jetzt genießen wir erstmal dieses wunderschöne Programm I Dreamed the Dream von Pang Tong. Dreifach-Torup. Exzellenter Wurfried Berger. Mit hoher Geschwindigkeit angelaufen. Sie haben einen wunderbar laufenden Schlittschuh ganz flüssig über das Eislaufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Quing Pang und Yang Tong sind beide 34 Jahre alt. Es ist ihre letzte Saison. Das große Ziel ist noch einmal eine Medaille hier bei den Olympischen Spielen in Sochi. Ein gelungenes Kurzprogramm der beiden aus China. Der Blick auf die Wertung. Durch die hohen künstlerischen Komponenten und 73 Komponenten.